Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 20. April 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1185. Heute mit den folgenden Themen Acara, Lenovo, TCL und Covid-Zertifikat. Ich beginne gleich mit Acara und da geht es um ein Gadget, was vorgestellt wurde, aber wo es noch nicht ganz sicher ist, ob das auch zu uns in die Schweiz kommen wird. Ich hoffe es ganz stark, denn ich habe ein alternatives Produkt von einem anderen Hersteller, das aber nicht in meine Vorhang, wie heissen die Dinge, Stangen reinpassen. Es geht um den Acara E1, ein Vorhang-Montor. Ihr wisst ja, ich bin ein Geek, ich bin sehr Gadget-orientiert unterwegs und ich bin auch bequem. Ich mag es nicht aufzustehen, nur um Vorhang zu ziehen, zu öffnen oder zu schliessen. Nee, dafür hätte ich gerne ein Gadget und da hatte ich eben von SwitchBot einen oder habe zwei. Wer Interesse hat, bitte melden. Genau, jetzt kommt auch so etwas von Acara. Da freue ich mich schon drauf, weil das kann ich noch besser in mein Smart Home integrieren. Das ist mit der Tante von Amazon kompatibel und mit Apples Sprachassistent Siri. Und das ist natürlich sehr praktisch. Dann heisst es nämlich, blablabla, mach bitte den Vorhang auf oder wieder zu. Perfekt zum Podcasten, da muss ich nicht mehr aufstehen, um den Vorhang zu schliessen. Dann gibt es Neuigkeiten von oder über zu Lenovo. Und zwar sind es deren drei Sicherheitslücken. Ziemlich hässliche Sicherheitslücken, denn es sind Backdoors. Backdoors sind Türen, die man öffnet als Hersteller oder auch als Bösewicht, um da später reinzukommen. Dinge, die man eigentlich nicht haben möchte. Dinge, die Lenovo in den Vorgeräten eingebaut hat und die eigentlich in den ausgelieferten Geräten nicht hätten dabei sein sollen. Ich weiss nicht. Ich habe da so ein schlechtes Gewissen, wenn ich da höre, dass Hersteller im Vorserienmodell oder Vormodell Löcher einbauen, die sie dann… Ne, wo sind denn da sonst noch Löcher drin? Ja, Lenovo betreut alles irgendwie ein bisschen fremd. Wahrscheinlich kommt das Ganze auch aus Deutschland her. Oder wie auch immer, TCL, das war ein Insider, ein kleiner. TCL, das ist ein Fernseherhersteller, die ganz interessante Fernseher bieten. Ein Sacher steht aktuell bei uns zu Hause zum Test. Die neueste Generation, die vorgestellt wurden mit Google TV drauf, sind übrigens auch Apple Airplay 2 fähig. Das muss ich noch genauer anschauen, ob unser das auch schon kann. Ich glaube, der, den wir zum Testen haben, ist noch nicht das ganz neue Modell. Somit Augen auf beim Fernseherkauf, würde ich doch sagen. Weiter geht es mit dem Covid-Zertifikat. Und ja, in der Schweiz eigentlich gar nicht mehr, weil ihr wisst ja, der Bundesrat hat gesagt, Covid zu Ende und bla bla bla. Die App hat eine kleine Weiterentwicklung bekommen, ein Update finde ich sehr gut. Denn neu könnt ihr die Gültigkeit bei Reisen checken. Das heisst, ihr seht nicht nur, wie eure Impfung aktuell gültig ist oder wie lange, dass sie noch gültig ist und all die wichtigen Daten. Nee, ihr habt auch neu die Möglichkeit zu sehen, in welchen Ländern das euer Pass noch gültig ist und wie lange und in welchem Umfang. Das finde ich jetzt mal ganz praktisch. Denn ich weiss aus erster Hand, dass diejenigen, die aktuell noch zum Impfen kommen, ja, halt diejenigen sind, die reisen wollen. Leider die meisten. Weiter geht es mit heute nichts mehr, denn das waren es alle Themen. In den Show Notes habe ich euch noch meinen HomePod-Minitest verlinkt. Das Teil ist jetzt schon ein Weilchen bei mir. Und ich habe mal zusammengefasst, was ich davon halte, in einem kleinen ausführlichen Testbericht. Wer also mag, gerne auf daily.geektalk.ch reinklicken zum Nachlesen und oder auch die anderen Themen, die wir gerade heute in der Episode hatten. So, mit euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.